An einem typischen trüben Sonntagmorgen um 7 Uhr schleppte ich mich in den Waschsalon. Wenn man an einem Sonntagmorgen in einer Wäscherei ist, fühlt man sich düster, egal wie das Wetter draußen ist, obwohl ich keine Ahnung hatte, ob es draußen grau war. Mit der Nutzung eines Waschsalons hatte ich erst vor einem Jahr begonnen. Unsere Waschküche befindet sich im Keller, so dass meine Frau die Wäsche schon vorher dort gewaschen hat. Die Waschküche befand sich in meiner früheren Wohnung, bis ich vor fast eineinhalb Jahren auszog. Als meine Frau offiziell meine Ex-Frau wurde. Zu meinem neuen sonntäglichen Ritual gehörte nun der Gang zum Waschsalon, der etwa eine Meile von meiner Wohnung entfernt liegt. Ich achtete darauf, früh zum Waschsalon und wieder nach Hause zu kommen, denn ich hasse es, Wäsche zu waschen, und wollte nicht, dass diese Arbeit mein Wochenende ruinierte. Ich ersparte mir die Mühe, vielleicht ein höfliches Gespräch mit anderen Kunden zu führen, während ich an einem beliebten Tag auf eine Maschine wartete. Sind Sonntage nicht dazu da, sich mit einem Kater zu entspannen und in aller Ruhe die Zeitung zu lesen? Diesmal war es anders. Ich hatte sie vor etwa neun Monaten im Waschsalon gesehen, aber bis jetzt hatte ich sie nie beachtet. Der Wagen, den sie zog, schien ein leicht verbogenes Rad zu haben, wodurch er sich unregelmäßig drehte. Es war eine Herausforderung, ihn hinter sich hier zu ziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand die Tür offen zu halten, denn er war mit schmutzigen Kleidungsstücken beladen. Wie es sich für einen anständigen Kerl gehört, legte ich meinen Sportteil beiseite, sobald ich dies bemerkte, und ging zur Tür, wo ich sie förmlich aufhielt, während sie den Wagen hineinschob. Mit ihren großen braunen Augen und ihrem perlweißen Haar schenkte sie mir ein Lächeln, das die ganze Welt erhellen würde. Mit einem Danke, Mister, machte sie sich auf den Weg zu einer Reihe von Waschmaschinen an der gegenüberliegenden Wand des Waschsalons. Ihr langer, gewählter brauner Haarshop verriet, dass sie etwa sieben oder acht Jahre alt war, und ihre Rasse war wahrscheinlich gemischt oder hispanisch. Sie war zu niedlich, um es in Worte zu fassen. Als ich mich umdrehte, dachte ich, ich sehe ein Elternteil, das ihr dicht auf den Fersen war, aber das war nicht der Fall. Jetzt war ich wirklich beunruhigt und fasziniert. Anstatt die Wäsche nach Farben zu sortieren, die mir aufgetragen worden war, schaute ich zu, wie das kleine Mädchen den ganzen Stapel in die Waschmaschine warf. Nachdem sie die Maschine mit Waschmittel aus dem Wagen beladen hatte, fügte sie ihr Geld hinzu und drückte auf den Startknopf. Sie holte ein kleines Plüschtier aus dem Wagen, setzte sich auf einen Stuhl und begann, sich leise mit dem Tier zu unterhalten, während die Waschmaschine lief. Ihre Jeans, ihr langärmeliges Hemd und ihre rosafarbene Jacke waren eindeutig nicht mehr zeitgemäß, vor allem, wenn man die morgendlichen 20 Grad bedenkt, denn ich saß dem Waschsalon fast gegenüber. Obwohl sie nicht schmutzig waren, sahen sie durch den jahrelangen Gebrauch abgenutzt und verwittert aus. Sie strahlte eine Gelassenheit aus, die so gar nicht zu ihr passte, obwohl sie kaum älter als ein Straßenkind zu sein schien. Es fällt mir auch schwer, mir vorzustellen, dass Eltern einem so kleinen Mädchen die Verantwortung anvertrauen, die Wäsche der Familie ganz allein zu waschen. Irgendetwas stimmte an dieser ganzen Situation nicht, denn ich bin selbst Elternteil. Das führte mich voll und ganz zu meiner eigenen Zustimmung. Ich stelle mir vor, dass meine Kinder in diesem Moment in ihren kuscheligen Betten in meiner früheren Wohnung festschlafen. In ein oder zwei Stunden, wenn sie ihre Augen öffnen, wird meine Ex-Frau, die ihre Mutter ist, wahrscheinlich eine herzhafte Mahlzeit mit Pfannkuchen, Eiern und Speck zubereiten. Hele, meine 15-jährige Tochter, hat eine Vorliebe für Pfannkuchen, während mein 13-jähriger Sohn Eason ein großer Liebhaber von Speck ist. Waffeln waren meine Lieblingsspeise, aber ich sehne mich nach den Tagen des gemeinsamen Familienfrühstücks. Wie nach einer Scheidung nicht anders zu erwarten, wurde meiner Frau das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen. Obwohl mir ein Besuchsrecht eingeräumt wurde, unternahm meine böse Frau alles, um die Kinder gegen mich aufzubringen, indem sie mich beschuldigte, unsere Familie durch meinen Egoismus zu zerstören. Während unserer kurzen Begegnungen machten meine Kinder deutlich, dass sie nicht daran interessiert waren, Zeit mit mir zu verbringen. Bei einem langen Wochenendausflug mit drei anderen Paaren und dem Mann, mit dem sie schließlich Sex hatte, einem wohlhabenden Mann, der es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, mit den Frauen anderer Männer Sex zu haben, hat meine Frau mir Hörner aufgesetzt, weil ich mich weigerte, still zu sitzen. Sie planten, miteinander zu schlafen, und dann würde sie zu mir zurückkommen und mir weiterhin so treu sein wie vor dem Wochenende. Sie sagte, es sei kein Betrug, da sie es mir im Wohaus gesagt habe, aber sie hatte vor, mein Geld, meinen Besitz und mein Haus zu stehlen, falls ich Aufsehen erregen sollte. Außerdem wollte sie meine Beziehung zu meinen Kindern schädigen, um sich an mir zu rächen, was ihr auch gelingen würde. Sie hat alles erreicht, was sie mir versprochen hatte, als ich mich weigerte, und natürlich hat sie mir die Schuld gegeben. Die Kinder glaubten ihr ohne Zweifel. Ich war am Arsch. Mein Magen knurrte bei der Erinnerung an diese Familienmahlzeiten, und mir wurde klar, dass ich schon lange nichts anderes mehr gegessen hatte, als das Mickies Malt und die Bratwürste, die ich mir in der Kneipe beim Knicks Spiel angesehen hatte. An einer Wand befanden sich ein Kohleautomat und eine schreckliche Nachbildung eines Verkaufsautomaten. Ich hätte gedacht, dass der Wäschereibesitzer täglich das Geld aus beiden Automaten entnimmt, sonst wären sie schon längst zerstört worden. Ich kaufte eine Kiste M&M's und eine Cola Zero. Als ich nach der Cola-Dose griff, fiel mein Blick auf das Mädchen, das in der Nähe spielte. Ich dachte, sie würde mich heimlich beobachten, aber dann bemerkte ich, dass sie eigentlich meine Snacks im Auge hatte. Ich bin die Mutter von jemandem, und es brach mir das Herz, ihren Gesichtsausdruck zu sehen, als sie meine Knabbereien beobachtete. Ich nährte mich ihr von hinten und fragte sie leise, ob sie meine Cola Light und M&M's haben wollte. Sie saß aufrecht in ihrem Stuhl, ihr Gesicht wurde traurig, als sie mein Angebot ablehnte, doch dann hältte sie sich deutlich auf. Mama sagt, ich soll kein Essen von Fremden annehmen, vor allem nicht von Männern, erklärte sie uns. Das ist eine sehr gute Regel, Schätzchen, und du solltest immer darauf hören, was deine Mama sagt, sagte er. Ich sag dir was? Ich stelle die Limonade und die M&M's einfach auf den Stuhl neben dir, und du kannst sie nehmen, wenn du willst. Ich hole mir noch mehr und gehe zurück zu meinem Platz. Nachdem ich das Essen abgestellt hatte, kehrte ich zu den Automaten zurück und holte eine weitere Tüte M&M's und Cola Light. Um sie von oben im Auge zu behalten, kehrte ich zu meinem Platz zurück und nahm meine Zeitung heraus. Nachdem sie etwa fünf Minuten gewartet hatte, griff sie sich das Getränk und die M&M's, innerlich grinste ich. Nachdem ich meine beiden Sachen zusammengelegt und in mein Auto geladen hatte, fuhr ich etwa 90 Minuten später los. Während ich wegging und mich mit meinem eigenen Leben und meinen Plänen für den restlichen Sonntag beschäftigte, schenkte ich dem Kind keine weitere Beachtung. Bis ich am folgenden Sonntag gegen 7 Uhr morgens in den Waschsalon zurückkehrte, hatte ich das Kind nicht mehr im Kopf. Danach dachte ich darüber nach, ob sie wieder auftauchen würde. Nach einer gefühlten Ewigkeit erschien sie wieder am Eingang, diesmal mit einem schwer beladenen Wagen voller Kleidungsstücke im Schlepptau. Nachdem sie sich bei mir bedankt hatte und zu den Maschinen auf der anderen Seite der Wand gegangen war, hielt ich ihr wieder die Tür auf. Sie trug das gleiche Outfit wie letzte Woche, soweit ich das beurteilen konnte. Nachdem ich geduldig darauf gewartet hatte, dass sie mit dem Beladen begann, setzte ich mich neben sie und nährte mich ihr behutsam. Ich sehe, du hast ein Problem mit einem Hinterrad deines Wagens, Süße. Wäre es in Ordnung, wenn ich versuche, es zu reparieren? Während sie an ihrem Bären herumfummelte, gab sie ein bestätigendes Zeichen, in dem sie nickte. Ich bemerkte, dass sich das rechte Hinterrad auf der Achse verformt hatte, als ich den Wagen umdrehte. Nachdem ich die Sache mit meinen Händen wieder in Ordnung gebracht hatte, wollte ich den Wagen in beide Richtungen, um sicher zu gehen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich kann den Wagen im Handumdrehen reparieren. Mein kleiner Freund war wie vom Donner gerührt. Während ich ihm die Hand reichte, erwähnte ich, dass ich Alex Rogers heiße. Mehdi Ruiz Sehr erfreut, sie kennenzulernen, Sir. Sie streckte ihre kleine Hand mit aller Anmut aus, die sie aufbringen konnte. Jetzt, wo wir uns vorgestellt haben, sind wir keine Fremden mehr, kommentierte ich. Was hältst du von einer Limonade und ein paar Süßigkeiten? Sie sagte mit großen Augen, könnte ich diese Woche vielleicht eine echte Cola bekommen? Aber sicher. Eine echte Cola für dich, eine Diät-Cola für mich und ein paar M&MS für uns beide. Es vergingen fast zwei Stunden, während wir uns unterhielten. Ich führte sie in das Tic-Tac-Too-Spiel ein und holte ein Notizbuch und einen Stift aus meinem Auto. Nach einer anfänglichen fünfminütigen Lernphase war sie bald auf der Höhe der Zeit. Wie ich es bei meinen eigenen Kindern gemacht habe, gab ich ihr gelegentlich eine Chance zu gewinnen. Für einen kurzen Moment träumte ich davon, mit meinen Kindern ein fantasievolles Spiel zu machen. In der Nacht, in der mein Leben, so wie ich es kannte, zu Ende ging, schlief ich ein und sah meine damalige Frau Tracy vor mir, wie sie mich anstarrte und mir mitteilte, dass sie eine Affäre mit Robert Goldstiene III, einem Anwalt aus der Großstadt, haben würde. Es ist nur diese eine Nacht, Alex. Es wird nichts bedeuten. Es wird nur Sex sein. Was? Willst du mich verraschen? Das wird nicht nur Sex sein. Es wird das Ende unserer Ehe sein, erwiderte ich. Alex, hör auf, so zu sein, rief sie wütend aus. Wirf nicht 18 Jahre Ehe wegen einer Nacht weg. Ich habe mich nicht hinter deinem Rücken hergeschlichen, wie ich es hätte tun können. Wir hätten das tun können und du hättest es wahrscheinlich nie erfahren. Gib mir das einfach, Alex. Robert führte Tracy in sein Schlafzimmer in der Vierzimmerbohnung, wo sie seine Hand in die Seine schob. Es fühlte sich wie Stunden an, war aber wahrscheinlich nur eine Minute, und doch stand ich mit offenem Mund da, bevor ich meine Sachen einsammelte und ging. Alex, du bist dran, murmelte Maddy und holte mich in diesem Moment ins Hier und Jetzt zurück. Maddy hatte die Chance zu gewinnen, indem sie drei US in einer Reihe diagonal aneinander reihte, nachdem ich ein X in einem der seitlichen Felder markiert hatte. Sie reihte ihre drei Instrumente aneinander und setzte ihren triumphierenden Blick auf, damit ich sie sehen konnte. Ich rief, gib mir 5, geht, und streckte meine Hand weit über ihre Reichweite hinaus. Nachdem sie mir einen Seitenblick zugeworfen hatte, erhob sie sich von ihrem Stuhl und streckte ihre Hand aus, um das Abklatschen zu beenden. Sie rief, hab ich dich, während sie sprach. Bis Maddies Wäsche fertig war und gefaltet wurde, blieb ich im Waschsalon. Ich wollte ihr anbieten, sie nach Hause zu fahren, aber sie lehnte ab, weil das gegen Mamas Regeln verstieß. Mama ist eine kluge Frau. Ich würde sie gerne einmal kennenlernen, informierte ich sie. Nun, vielleicht eines Tages. Sie ist nicht sehr kontaktfreudig, antwortete Maddy. Als der Winter in den Frühling und der Frühling in den Sommer überging, hielt ich an diesem Schema mit Maddy fest. Ich hatte mir angewöhnt, im Waschsalon Getränke zu kaufen und eine kleine Tüte mit Snacks und einem Sandwich für uns beide mitzubringen. Obwohl ich um diese Zeit nicht sehr hungrig war, dachte ich mir, dass sie lächerlich klein war und dass, wenn ich ein Sandwich hatte, sie auch eines haben würde. Ich schlug ihr dann vor, das zusätzliche Sandwich mit nach Hause zu nehmen, um es mit ihrer Mutter zu teilen, und so begann ich, ein zusätzliches einzupacken. Anstatt sich zu beschweren, lobte sie mich immer wieder. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie mir mitgeteilt, dass sie sieben Jahre alt war und im kommenden September in die zweite Klasse der örtlichen Grundschule gehen würde. Maddy hatte mir mitgeteilt, dass sie ihren Vater nie kennengelernt hatte und dass es auch keine Vaterfigur im Haushalt gab. Maddy kannte den genauen Beruf ihrer Mutter nicht, als sie noch zur Schule ging, aber sie war immer zu Hause, wenn sie von der Schule nach Hause kam, also kann man davon ausgehen, dass sie eine Art Teilzeitjob hatte. Auch wenn sie an schönen Tagen manchmal in den Park gingen, verbrachten sie und ihre Mutter die meiste Zeit in ihrer Wohnung. Ihre Hauptunterhaltungsquelle war das Fernsehen, und Maddy hatte fast alle Zeichentrickfilme gesehen, die in letzter Zeit auf Kindersendern ausgestrahlt wurden. Sogar der erste Film war mir entgangen. Obwohl Maddy kein Geld zum Ausgeben hatte, ging ihre Mutter manchmal mit ihr am Samstagabend aus und sagte ihr, sie solle um 21 Uhr ins Bett gehen. Jeden Sonntagmorgen weckte ihre Mutter sie aus dem Schlaf, gab ihr das Geld für eine Waschmaschine und einen Trockner und schickte sie dann in ihrem Wagen zum Waschsalon. Ich hatte genug Geld zum Leben, aber um ehrlich zu sein, war mein Leben zu diesem Zeitpunkt nicht viel besser als das von Maddy. Mein Einkommen als leitender Computerprogrammlierer war sehr begrenzt und ließ wenig Spielraum für andere Dinge, wie zum Beispiel ab und zu mit ein paar Freunden in eine Bar zu gehen, nachdem ich Unterhalt, Alimente und Hypotheken bezahlt hatte. Ich ging nie zu einem Deed. Das schien mir selbstverständlich zu sein. Aber ich hatte Heimweh nach meinen Kindern. Ich hatte kein Problem damit, bis ich mich daran erinnerte, wie sie mich nach der Trennung von Tracy behandelt hatten. Auch wenn ich versuchte, mich an die guten Zeiten zu erinnern, die ich mit ihnen hatte, schlich sich die harte Wahrheit immer wieder an mich heran. Tracy schrie, wo zum Teufel bist du, als ich am Morgen nach meiner Abreise von Robert Goldsteines Seegrundstück in meinem Haus ans Telefon ging. Auf meinem Telefon war es 10 Uhr und 6 Minuten. Um 2 Uhr und 13 Minuten schenkte ich mir einen weiteren Schuss Iglerare Bourbon ein, das letzte, woran ich dachte. Irgendwann muss ich dann ins Bett gerumpelt und weggedüst sein. Du hast mich im Haus an sie zurückgelassen, wie soll ich nach Hause kommen, schrie sie mich erneut an. Steig aus. Lass dich von Robert Goldstein 3 nach Hause bringen. Sie schrie noch etwas anderes, als ich das Gespräch beendete. Mit einem Handy kann man ein Gespräch nicht so abrupt beenden, wie mit einem Festnetztelefon, Mann. Mein altes Ich hätte das Telefon so fest zugeschlagen, dass es an der Wand zerbrochen wäre. Am darauf folgenden Sonntag kam Maddie etwa 15 Minuten später als sonst und hatte ihren Wäschewagen nicht dabei. Ich nahm an, dass sie vielleicht ausgeraubt worden war, weil ihr die Tränen über die jungen Wangen liefen. Sie trug ihren Bären unter dem rechten Arm umher. Als ich mich ihr näherte, sagte sie, Mama ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen und ich habe kein Geld für die Waschmaschinen. Ich fragte so leise wie möglich, kommt sie manchmal nicht nach Hause? Ihre großen braunen Augen verrieten ihre Gefühle, als sie die Idee entschieden zurückwies. Mami kommt immer nach Hause. Auch das ist eine ihrer Regeln. Es gelang mir, sie zu beruhigen und ich gab ihr das Essen, das ich mitgebracht hatte. Ich fühlte mich verloren und verwehrt, weil ich noch nie hier gewesen war. Gibt es jemanden, bei dem du bleiben kannst, bis deine Mami nach Hause kommt, erkundigte ich mich. Während sie auf ihrem Erdnussbuttergelee-Sandwich kaute, lehnte sie die Idee erneut entschieden ab. Ich konnte es nicht ertragen, sie in ihrer Wohnung allein zu lassen, aber ich wusste auch, dass die Polizei, wenn ich mich ohne eine Strategie an sie wandte, sie am nächsten Tag in einer Pflegefamilie unterbringen und sie ihrer Mutter möglicherweise dauerhaft wegnehmen würde, wenn sie der Meinung war, dass sie sich nicht ausreichend um das Kind kümmerte, etwas, gegen das ich bereits meine Vorbehalte hatte. Wie wäre es, wenn wir zu deiner Wohnung gehen und deiner Mutter eine Nachricht hinterlassen, dass wir in meiner Wohnung sind? Sie kann mich dann anrufen, wenn sie nach Hause kommt, und ich bringe dich dann zu ihr zurück. Ich konnte förmlich spüren, wie sie in Fahrt geriet. Auch wenn es gegen die Vorschriften ihrer Mutter verstieß, bezweifelte ich, dass sie den Tag allein in ihrer Wohnung verbringen wollte, da ihre Mutter nicht nach Hause kommen würde. Schließlich nickte sie bestätigend. Nachdem ich meine Sachen zusammengefaltet und in mein Auto gepackt hatte, fuhren wir zunächst zu ihr nach Hause. In Mattis Wohnung gab es nichts Wertvolles zu holen, deshalb haben wir uns nicht die Mühe gemacht. Entweder trug sie die wenigen Kleidungsstücke, die sie hatte, oder sie befanden sich zwischen den Stapeln schmutziger Wäsche im Waschsalon. Ich teilte ihr mit, dass wir eine Boxentose einlegen würden, in der ich ein paar Dinge für sie besorgen würde, zum Beispiel eine neue Haarbürste und eine Zahnbürste. Ein trauriges Grinsen entkam ihren Lippen, als sie es mir anbot. Bevor wir losgingen, um Maddie ein paar Sachen zu besorgen, legte ich einen Zettel in die Mitte des kleinen Küchentisches, auf dem mein Name und meine Telefonnummer standen. Ich ging mit ihr zu einem dolle General in der Nähe, damit sie sich ein paar Kleider aussuchen konnte, darunter Jeans, Blusen, Unterwäsche und Socken. Sie schien begeistert zu sein, aber ich machte mir Sorgen, was ich tun sollte, falls ihre Mutter nicht bald zurückkämme. Der Disney Channel und Zeichentrickfilme wurden gezeigt. Nachdem ich das Mittag- und Abendessen zubereitet hatte, brachte ich sie gegen 9 Uhr auf dem Sofa in meinem Gästezimmer ins Bett. Um die Dinge zu klären, wollte ich mich am nächsten Tag krank melden und mir einen Tag frei nehmen. Am Montag, nachdem wir bis zum Mittagessen gewartet hatten, kehrten Maddie und ich in ihre Wohnung zurück. Es gab jedoch keine Anzeichen dafür, dass seit unserem letzten Besuch am Vortag jemand dort gewesen war. Bei der Erkundung der Wohnung durchstöberte ich die Kommode ihrer Mutter und entdeckte eine Schublade mit Unterlagen. Eines der hilfreichen Dinge, die ich entdeckte, war Maddies Geburtsurkunde. Ich stellte fest, dass der Name des Vaters darin fehlte. Fiona Ruiz war der Name ihrer Mutter. Zusätzlich zu ihrer Geburtsurkunde nahm ich ein Foto von Maddie und ihrer Mutter mit. Dieses Bild wurde wahrscheinlich aufgenommen, als Maddie etwa zwei Jahre alt war. Sie schien kaum älter als ein Kleinkind zu sein. Der Kamera zuliebe umarmten sich die beiden. Fiona hatte das gleiche lange, lockige braune Haar wie Maddie und schien Mitte 20 zu sein. Beide lächelten in die Kamera, aber Fionas müde, traurige Augen verrieten ihre offensichtliche Schönheit. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob sich dieser Ausdruck in den letzten Jahren verändert oder intensiviert hat. Während ich die Sachen ihrer Mutter akribisch durchsuchte, beobachtete Maddie mich aufmerksam. Ich bemühte mich, ein Gespräch anzufangen und ihr zu erklären, dass ich nach Informationen suchte, die uns zu ihrer Mutter führen würden. Es schien, als würde sie es akzeptieren. Ich begleitete Maddie in ihr Zimmer, wählte den Notruf und meldete Fiona Ruiz als vermisst, nachdem ich in meine Wohnung zurückgekehrt war, wo ich sie absetzte und den Disney Channel einschaltete. Der Beamte, der den Hörer abnahm, hörte nicht viel von mir, außer dass ich glaubte, dass sie etwas erleben musste, um ihr Kind auszusetzen. Und ist das Kind jetzt allein in der Wohnung, Sir, fragte der Beamte. Seien Sie versichert, dass sie bei mir ist. Ich bin der engste Freund, den das Kind hat. Ich bin gerne bereit, sie an meiner Seite zu behalten, bis die Sache erledigt ist. Wenn sie bereit wären, das zu tun, bis das Jugendamt sie kontaktiert, wäre ich ihnen sehr dankbar. Ich war besorgt, dass Maddie in einer Pflegefamilie landen würde. Niemand, den ich kannte, der das System durchlaufen hatte, hatte etwas Positives darüber zu sagen. Ich war fest entschlossen, das Richtige für sie zu tun, wenn ich sie behalten konnte. Als ich so darüber nachdachte, kam mir ein Gedanke. Meine, Darlene, die Frau meines Chefs, hatte einige einflussreiche Freunde im Bereich der sozialen Dienste. Vielleicht könnte ich ihr ein paar Gefallen erweisen. Da ich 20 Jahre lang für ihn gearbeitet und wirklich gute Arbeit für sein Unternehmen geleistet hatte, würde ich gerne glauben, dass mein Arbeitgeber und ich uns ziemlich gut verstanden hatten. Persönlich schienen wir uns immer gut zu verstehen, und er und seine Frau waren für mich da, als ich meine Scheidung durchmachte. Nach unserem Gespräch mit Darlene's Mann traf ich mich 20 Minuten später mit ihr in meiner Wohnung. Sie sagte, sie wolle neue Freunde kennenlernen, und ich stellte ihr Maddie vor. Innerhalb von 5 Minuten hatte Darlene Maddie in ihren Bann gezogen, und ich hatte die gleiche Reaktion. Als Darlene eine Stunde später endlich ging, mahnte sie mich und versprach, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit Maddie bei mir blieb. Ich übergab zwei Polizeibeamten eine Kopie des Fotos von Maddie und ihrer Mutter, als sie später am Tag bei mir vorbeikamen. Sie schienen nicht sehr hoffnungsvoll zu sein, Fiona Ruiz zu finden. Es war ein ziemlich nettes Arrangement. Ich nahm Maddie morgens mit zur Arbeit, als mittags mit ihr zu Mittag und nahm sie abends mit nach Hause, bis die Schule anfing. Am Dienstag ging ich wieder zur Arbeit, und wir meldeten sie in unserer betrieblichen Kindertagesstätte an, die Darlene vor etwa 15 Jahren mit aufgebaut hatte. Ich habe sie für meine Kinder nie in Anspruch genommen, weil Tracy zu Hause blieb, bis sie nach der Schule für sich selbst sorgen konnten, aber für mich war sie ein Geschenk des Himmels, jetzt, da ich Vater spielte. Maddie an meiner Seite zu haben, machte es mir leichter, mit der Verlassenheit meiner eigenen Kinder umzugehen. Ich sah sie nur bei seltenen Gelegenheiten, und selbst dann war es meist nur zum Mittagessen in einem Lokal. Bei einem Treffen mit meinen Kindern ließ ich Maddie bei einer Nachbarin namens Mrs. Olivares, weil sie es nicht für nötig hielten, mir ihre Gefühle zu zeigen. Maddie brachte einen frischen Wind in mein Leben. Sie und ihre Mutter unternahmen aus finanziellen Gründen nicht viel außerhalb des Hauses, so dass die meisten meiner Ausflüge mit ihr neue Erfahrungen waren. Als wir das erste Mal in ein richtiges Restaurant gingen und nicht in einen schnellen Imbiss, war sie verzaubert wie ein Außerirdischer. Nachdem wir auf dem Spielplatz gespielt hatten, gingen wir in den Park und hielten für eine Brezel und eine Limonade an, und man hätte denken können, ich hätte sie zum Heiti mitgenommen. Ich glaube, sie hat nach diesem ersten Mal noch eine Woche lang gelächelt, und ich habe noch eine Woche lang gelächelt, als ich ihr zugehört habe, wie sie sich über dieses Erlebnis gefreut hat. Anscheinend war sie zweisprachig, sie begann, mir Spanisch beizubringen und lachte so sehr über meine wehren Wörter und Sätze, dass sie weinen musste. Aus irgendeinem Grund kam es ihr nie in den Sinn, dass die meisten Menschen nicht Zweisprachen sprechen. Einmal bestellte ich bei McDonalds ein Pferd und eine Cola, und sie lachte so sehr, dass sie anfing zu weinen. Sie stellten nicht allzu viele Fragen, als ich mich als ihre Kontaktperson und meine Wohnung als ihre Adresse angab, ich hieß sie auch in derselben Schule, die sie in der ersten Klasse besuchte, weil das für das Schulsystem am einfachsten war. Ich hatte ihre Geburtsurkunde. Es scheint, als hätte Darlene jemanden für mich über den Tisch gezogen, oder die Stadt beschloss einfach, dass sie zu viele offene Fälle hatte, um sich um Maddy und mich zu kümmern, denn weder die Polizei noch ein Sozialamt, das Maddy in Pflegefamilien unterbringen wollte, meldeten sich jemals bei mir wegen ihrer Mutter. Als ich bei Maddy blieb, wurde mir klar, dass eine Pizza und ein Bier nicht mehr ausreichen würden. Wir fingen an, Coxendungen auf dem Food Channel anzuschauen und bildeten in der Küche ein Team, etwas, das ich mit meinen eigenen Kindern nie gemacht habe, denn Tracy war eine fantastische Köchin, das gebe ich zu, aber mit Maddys Hilfe lernte ich und wurde besser, und wir hatten unglaublich viel Spaß. Ich werde nicht lügen und behaupten, dass bei uns alles perfekt war. Wir hatten unsere Streitereien und Probleme wie jede andere Familie auch, aber das war es eben, wie jede andere Familie auch. Wir waren etwas mehr als ein Jahr zusammen, und Maddy und ich hatten uns zu unserer eigenen Version einer Familie entwickelt. Zu Beginn der dritten Klasse wurde ich in Maddys Schule darauf aufmerksam gemacht. Wir waren eines Abends bei einem Tag der offenen Tür in der Schule und gingen gerade durch den Flur, als eine von Maddys Freundinnen und ihre Eltern auf uns zukamen, um uns zu begrüßen. Maddys Freundin stellte ihre Eltern als meine Mama und meinen Papa vor, und dann stellte Maddy mich als ihren Papa vor. Ich hatte noch nie so über unsere Familie nachgedacht, und als sie mich ihren Vater nannte, brach ich vor lauter Freude über diese Worte fast zusammen. Ich musste mich bei den Renels für mein kurzes Schweigen entschuldigen, indem ich sagte, dass mir ein Stück von einem Snack im Hals stecken geblieben war. Maddy fing es auf, schaute von der Seite zu mir hoch und drückte meine Hand. Sie nannte mich nie wieder Alex, und nichts hätte mich mehr freuen können. Als ich eines Tages mit Maddy Lebensmittel einkaufte, war mir gar nicht bewusst, dass es schon über zwei Jahre her war, dass ich mit ihr ausgegangen war. Als wir durch den Laden gingen und die Artikel auf unserer Liste abhackten, schenkte ich der Frau keine Beachtung, aber Maddy konnte nicht umhin zu bemerken, dass sie in die Gemüseabteilung schaute. Mom, ich habe noch nie eine so schöne Frau gesehen. Maddy meint, du solltest ihr einen Heiratsantrag machen. Diese Bemerkung machte sie, als ich durch die Gänge des Lebensmittelladens schlenderte, also hielt ich den Wagen an und bewunderte die atemberaubende Frau, an der wir gerade vorbeigegangen waren. In diesem Moment blickte sie zu mir auf, und wir tauschten ein verlegenes Lächeln aus. Hör mal, Dad, willst du ihr nicht etwas sagen? Maddy schaute uns fragend an. In diesem Moment wollte ich am liebsten auf dem Boden zusammenbrechen, aber ich dachte mir, dass die Frau Maddy und mir vielleicht verzeihen würde, wenn wir unser Glück am College versuchten. Hi. Wer bin ich? Alex hier. Maddy hier. Du hast vielleicht mitbekommen, wie Maddy vorgeschlagen hat, dass ich dich um ein Ditt bitte, aber ich habe die Worte verschluckt und konnte sie nicht herausbringen. Hast du das Millionenlächeln auf ihrem Gesicht gesehen? fragte sie mich, während sie mir direkt in die Augen schaute. U. Ihre karamellfarbene Haut, ihre schönen weißen Zähne und ihr Lächeln, das Eis und mein Herz zum Schmelzen bringen konnte, verliehen ihr ein fesselndes Aussehen. Sie schien etwa 1,70 im Groß zu sein, vielleicht 35 Jahre alt. Trotz ihrer leichten Jacke hatte sie gut definierte Kurven, und ihre Jeans waren eng geschnitten. Ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob Maddy bemerkt hatte, dass sie keinen Ring an der linken Hand trug. Wie wäre es, wenn wir mal zusammen zu Abend essen? Wir sind alle, oder nur wir beide, wenn dir das lieber ist. Mühwe soavemente, Romeo, sprach Maddy neckisch auf Spanisch. Die Frauen sagten, das war ein geschickter Schachzug, deine Tochter dazu zu bringen, alleinstehende Frauen im Supermarkt für dich auszuspähen, und ich errötete Tiefhaut. Oh nein. Die Wahrheit ist, dass ich nichts damit zu tun hatte. Ich ganz bestimmt nicht. Um ehrlich zu sein. In der Tat, Romeo. Es ist ein Geschäft für mich, das ist es nicht. Aber ich würde es gerne tun. Ich würde sehr gerne mit euch beiden zu Abend essen. Übrigens, mein Name ist Cherry Roberts. Wie ernst ist das? Sie dachten, es wäre einfach, oder? Ich bemerkte, verdammt, ich hätte das Kind schon lange benutzen sollen, und wir lachten gleichzeitig. Nachdem wir unsere Nummern ausgetauscht und ich ihr meine Adresse gegeben hatte, erwähnte sie, dass sie gerne italienisch ist, und so verabredeten Maddy und ich uns für den folgenden Samstag. Wir klopften uns mit der Faust auf die Schulter, als wir um die Kurve zum Gang kamen, und gingen dann weiter einkaufen. Sicherlich. Nicht nötig, oder? Während wir gingen, rief sie unsere Namen. Endlich kam der nächste Samstag. Die Tage waren wie im Schneckentempo vergangen. Nachdem wir die Wohnung geputzt hatten, machten Maddy und ich uns an die Arbeit und kochten selbstgemachte Lasagne, Knoblauchbrot, Salat und Tortoni zum Nachtisch. Das Kochen half mir, mich zu entspannen, denn, um ehrlich zu sein, war ich sehr aufgeregt. Schließlich war mein letztes Dick schon über 20 Jahre her. Ich war überrascht, als ich feststellte, dass meine letzte Verabredung 20 Jahre her war, und zwar immer mit Tracy. Es fiel mir schwer, mich an meine früheren romantischen Partner zu erinnern, aber ich glaube, es könnte Marianne Rizzo gewesen sein. Das Letzte, was ich von ihr hörte, war, dass sie den Mann geheiratet hatte, der nach mir mit ihr ausgegangen war. Ich fragte mich, ob sie noch verheiratet waren oder ob ihre Ehe einen ähnlichen Verlauf genommen hatte wie meine. Endlich hatte ich es begriffen, hör mal zu, Kumpel. Das ist nur ein Died, ein verdammtes Died, und du denkst schon ans Heiraten. Nicht nur ich fühlte mich ermutigt, sondern auch Maddie. Als wir zusammen putzten und kochten, war sie ganz bei mir, und erst als Jerry eintraf, merkte ich, dass sie die erste Besucherin in der Wohnung sein würde, die nicht Mrs. Olivares war oder älter als 10 Jahre alt war. Anfangs war es nervenaufreibend, aber eine 8-Jährige in der Nähe zu haben, ist ein toller Eisbrecher, und ich glaube, das Abendessen verlief gut. Auch meine Mutter hat sich nie getraut. Jerry, waren Sie jemals verheiratet? Sie hat alles gesagt, als sich Jerry kurz nach ihrer Ankunft ein Glas Galliano anbot, sagte ich. Als Antwort auf Maddies Frage errötete Jerry fast so stark wie ich. Dann sah sie ihr in die Augen und sprach leise, ich war mit einem fantastischen Mann verheiratet, Baby. Aber das war nicht heute. Als Antwort auf diese Frage sah ich, wie sich eine Welle der Angst und Verzweiflung auf ihrem Gesicht ausbreitete. Papa war auch eine Zeit lang verheiratet. Außer mir hat er noch zwei weitere Kinder, erzählte Maddy. Ich dachte, es sei an der Zeit, Jerry die Einzelheiten meiner Ehe, meiner Scheidung und wie ich Maddies Vater wurde, zu erzählen. Sie hörte aufmerksam zu, ihre Miene blieb ausdruckslos, und sowohl sie als auch Maddy vergossen ein paar Tränen, als ich ihr von Maddies Mutter erzählte, die nicht nach Hause kam. Maddies Melancholie verflog jedoch schnell, als sie sich nach Jerrys Namen erkundigte. Jerry, das ist ein toller Name. Als du klein warst, waren deine Eltern bestimmt sehr lustig. Mein richtiger Name ist Marcella, aber man nannte mich Zella. Nun, das ist eine lustige Geschichte, Baby, sagte Jerry. Eigentlich ist mein richtiger Name Marcella. Nachdem mein jüngerer Bruder angefangen hatte, mich, Jerry, zu nennen, nachdem er im Supermarkt eine Schachtelzellerkirschen mit Schokoladenüberzug gesehen hatte, blieb der Name hängen, und jetzt nennen mich alle, Jerry. Nun, das passt viel besser zu dir als Marcella, warf ich ein. Ich sehe eine dicke, dunkel umrandete Brille, Männerhände und einen kräftigen Hintern. Aha. Du wirst mich nie und nimmer mit meinem Vornamen ansprechen dürfen, sagte Jerry grinsend. Das ist grausam. Ich hoffte, dass Jerry nicht nur höflich war, als sie vorschlug, wir sollten es das nächste Mal bei ihr machen, und dass sie sich gut amüsierte. Sie blieb bei uns, bis Maddie um neun ins Bett ging, und dann beschloss sie, dass es auch für sie Zeit war zu gehen. Als sie zur Tür hinausging, küsste sie mich auf den Mund. Einen Moment lang hatte ich das Gefühl, das Verlangen zu riechen, aber es war schon so lange her, dass ich mich fragte, ob ich träumte. Mein Vater, ich mag sie. Ich glaube, sie wäre eine wunderbare Ergänzung für unser Team, bemerkte Maddie, als sich die Tür zuschwang. Wenigstens musste ich zugeben, dass das Kind recht hatte, vorläufig. Wir haben uns fünf Samstage hintereinander mit der Familie verabredet, und ich glaube, wir hatten alle Spaß dabei. Ich wusste jedoch, dass ich es einmal mit einer Einzelperson versuchen musste, um zu sehen, ob es funktionieren würde. Ich teilte Maddie mit, dass ich Jerry zum Abendessen ausführen würde, nur wir beide, und dass sie den Abend mit Mrs. Olivares verbringen würde. Ich wollte Maddie auf keinen Fall allein zu Hause lassen, wie es ihre Mutter tat. Ich würde Maddies Mutter nie kritisieren, aber eine Achtjährige allein zu Hause zu lassen, während ich zu einem Date gehe, das geht nicht. Außerdem glaube ich, dass wir beide wussten, dass das letzte Mal, als sie allein zu Hause war, nicht gut ausgegangen war. Unser erstes, alleiniges Deed, wie Maddie es nannte, sollte in einem netten Steakhaus stattfinden. Als ich bei Jerry ankam, um sie abzuholen, wusste ich schon, dass die Stimmung anders sein würde. Sie trug ein figurbetontes Seidenkleid, das am Rücken offen war, um ihre frechen 36C zu zeigen, und dessen Länge genau wichtig war, um ihre ohnehin schon kurzen Beine zu verlängern. Sie war etwas stärker geschminkt als sonst, und sie trug ein neues Parfüm, etwas, das ein wenig sexier und würziger war, aber nicht zu aufdringlich. Verdammt, und ich habe meinen Stock vergessen. Wie zum Teufel soll ich all die anderen Männer abwehren? Wenn du glaubst, dass du mit deiner silbernen Zunge irgendetwas erreichen kannst, dann könntest du recht haben, antwortete ich kichernd. Es war seltsam, Maddie nicht dabei zu haben, aber wir hatten auch ohne sie ein wunderbares Abendessen und ein paar nette Gespräche unter Erwachsenen. Jerry sah mir direkt in die Augen und fragte etwas unerwartet, vermisst du sie im Moment? Naja, fast, gestand ich. Abgesehen von der Schule und der Arbeit sind wir immer zusammen, und es macht mir nichts aus. Du vermisst die ersten beiden wirklich, nicht wahr, erkundigte sie sich. Schrecklich, aber nicht mit der Einstellung, die ich bekommen habe, seit ich weg bin. Ich weiß, sie sind noch Kinder, aber sie bemühen sich nicht einmal, die Dinge aus meiner Sicht zu sehen. Mein Ex hat sie wirklich gegen mich aufgehetzt. Soweit ich das beurteilen kann, haben sie das Zeug zu einer hervorragenden Lehrerin. Wenn ich fragen darf, wie kommt es, dass du nie welche hattest? Nein, es macht mir nichts aus. Wir haben es in Erwägung gezogen, als ich die absolut dümmste Entscheidung meines Lebens getroffen habe. Ich habe meinen Mann nicht respektiert und betrogen, alles nur für den Nervenkitzel des unerlaubten Sex. Ich war ein dummes, blödes Miststück und habe dem einzigen Menschen, der mir auf der Welt am meisten bedeutet hat, das Herz herausgerissen. Das ist ein Fehler, den ich nie wieder machen werde, wenn ich jemals wieder die Chance bekomme, jemanden so zu lieben. Als Cherry zu Ende sprach, wurde ihre Stimme leiser, aber ich konnte jedes Wort verstehen, das sie flüsterte. Sie blinzerte vergeblich, um ihre Augen zu trocknen, aber sie blieben wässrig. Nachdem ich ihr meine Serviette angeboten hatte, wischte sie sich vorsichtig über die Augen. Es tut mir leid, wenn ich dich gezwungen habe, an einen Ort zu gehen, an den du lieber nicht möchtest, teilte ich ihr mit. Ich habe es vorher noch nie jemandem gegenüber ausgesprochen, erklärte die Frau. Nicht einmal meinen Eltern. Ich schäme mich zu sehr für mich selbst. So, genug der Erwachsenengespräche, erwiderte ich. Mal sehen, ob du weißt, wie man sich auf der Tanzfläche bewegt, Missy. Missy? Was glaubst du, wie alt ich bin, zwölf? Eigentlich schätze ich dich auf fünfunddreißig, aber ich bin vierundvierzig, also bist du noch ein Kind für mich, informierte ich sie. Sie schien erfreut, als sie fragte, wirklich, fünfunddreißig? Ich bin zweiundvierzig. Ich war zwölf Jahre lang verheiratet und bin seit neun Jahren geschieden. Sie sind wirklich großartig für das Ego eines Mädchens, Sir. Auf keinen Fall sind sie nur zwei Jahre jünger als ich. Ich sehe aus, als könnte ich praktisch, dein älterer Bruder sein, kicherte ich. Nachdem ich die Rechnung beglichen hatte, gingen Tracy und ich in einen Nachtclub, in den wir gelegentlich gingen. Tanzunterricht zu nehmen war eines der ersten Dinge, die ich mit dem zusätzlichen Geld tat, das wir bekamen, denn obwohl ich kein Fred Astere bin, geht Tracy gerne tanzen. Es machte keinen Spaß, seiner Frau beim Tanzen mit anderen Männern zuzusehen, wie ich auf die harte Tour feststellen musste. Cherry hatte ein geschicktes Händchen und eine charmante Ausstrahlung. Etwa eine halbe Stunde lang tanzten wir zu langsamen bis schnellen Rhythmen und dann merkte ich, dass ich eine Pause brauchte. Cherry schien in der Lage zu sein, weiterzumachen, aber sie stand von der Tanzfläche auf und schloss sich mir an, um einen Stehtisch zu erobern. Sobald ich vom Tisch aufstand und mich zur Bar begab, kam der erste Geier angeflogen. Um nicht aufzufallen, beobachtete ich das Geschehen von der Peripherie aus. Ich bemerkte Cherry, die grinste und lachte, der Geier muss sie unterhalten haben, aber sie blieb am Tisch sitzen. Ich verspürte einen Anflug von Vergnügen. Als sie ihre Margarita erhielt, begann sie daran zu nuckeln. Asgeier Nummer zwei, ein Mann von etwa 25 Jahren, kam kurz darauf hereingeschneit. Trotz meiner Anwesenheit wandte er sich weiter an Cherry und fragte, ob sie tanzen wolle. Entschuldige, Slick, aber die Dame gehört zu mir. Ich mag es nicht, wenn man mich nicht respektiert, schon gar nicht von Kindern. Meine Stimme war sanft und doch eindringlich, und ich lächelte die ganze Zeit. Doch das Kind verstand offensichtlich, dass es gegen männliche Konventionen verstieß, und ich kann Ihnen versichern, dass das Grenzen nicht in meinen Augen zu sehen war. Verzeihung, aber ich wusste nicht, dass ihr beide zusammen seid, beschwerte er sich, bevor er sich davon schlich. Nachdem wir unsere Drinks ausgetrunken hatten, kehrten wir auf die Tanzfläche zurück und blieben dort noch etwa eine halbe Stunde lang. Wenigstens war das andere Kind klug genug, mich zu fragen, bevor es sich einmal einmischte. Seine Antwort auf meine Ablehnung war bewundernswert, man kann es einem Kerl nicht verübeln, dass er es versucht. Sie ist hinreißend. Wir kehrten an den Tisch zurück und tranken jeweils einen Schluck aus unserem zweiten Glas. Plötzlich stürzte sich ein weiterer Geier auf mich und bat mich, ihn mit Cherry tanzen zu lassen, als wir gerade einpackten. Obwohl ich erschöpft war, beschloss ich, sie tanzen zu lassen, wenn sie darauf bestand. Ich teilte ihm die schreckliche Nachricht mit, als sie den Kopf in meine Richtung schüttelte. Nachdem ich sie nach Hause gebracht hatte, lud sie mich ein, noch ein wenig mitzukommen. Um 22 Uhr und 30 Minuten willigte ich ein. Wir setzten unser lockeres Gespräch noch eine Stunde lang fort, jeder von uns mit einem Glas Wein. In diesem Moment stand ich auf und sie folgte mir. Sie lachte das bezaubernde Kichern, das sich allmählich bewunderte und ich muss wohl wie das sprichwörtliche wie im Scheinwerferlicht ausgesehen haben, als ich mir nicht sicher war, wie ich die Sache abschließen sollte. Ich steckte in ernsten Schwierigkeiten, als ich so rot wurde und das konnte sie sehen. Alex, mach dir keine Sorgen. Wir haben es doch nicht eilig, oder, flüsterte sie mir leicht zu. Zwei Wochen später beendete ich in meinem Schlafzimmer meine zweijährige Pechsträhne. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie wunderbar es sich anfühlte, von einer echten, liebenden Frau und nicht von meinem linken Arm erlöst zu werden. Aber es war nichts Wildes und Verrücktes, denn Maddie schlief tief und fest im Nebenzimmer. Ich bin nicht sehr weit gekommen, aber Cherry schien darin ziemlich erfahren zu sein. Ich verbrachte eine lange Zeit damit, genüsslich an ihrem wunderbaren Körper zu knabbern. Wenn sie sich in den nächsten Tagen anziehen würde, könnte sie sich die Abdrücke meines Mundes ansehen, die ich hinterlassen hatte, um sie zu bewundern. Obwohl es nicht Teil des ursprünglichen Plans war, schlief Cherry auch in meinem Bett mit mir und kuschelte sich die meiste Zeit der Nacht an mich. Bevor wir beide aufstanden, um zu frühstücken, krankte sie in meinem Schrank nach einem weißen Hemd, das ihre Unterwäsche verbarg, ihr aber trotzdem ein sehr verführerisches Aussehen verlieh. Wir machten uns auf den Weg in die Küche, wo sich Maddie schnell zu uns gesellte. Als sie Cherry sah, stieß sie einen Schrei der Freude aus. Cherry wurde fast umgeworfen, als sie zu ihr rannte und sich in ihre Arme stürzte. Ihre Umarmung war eng und es war klar, dass es ihnen große Freude bereitete, von der anderen gehalten zu werden. Es war so unglaublich schnulzig, dass ich nicht anders konnte, als mit den Augen über das Paar zu rollen. Sie riefen gleichzeitig, Pfannkuchen. Pfannkuchen, gleichzeitig. Schokoladenpfannkuchen, rief ich als Antwort. Nachdem Cherry sechs Monate bei uns gewohnt hatte, waren wir ein modernes Brady-Bunsch. Ich war in der Lage, einen respektablen Lebensunterhalt zu verdienen, während ich weiterhin Alimente und Kindergeld zahlte und Cherry war in der Lage, das gleiche zu tun, während sie für eine Buchhaltungsfirma arbeitete. Obwohl sie keine besonderen Wünsche hatte, hatte Maddie von allem, was sie brauchte, genug. Vielleicht stimmt es ja, dass einem als Kind, das in Armut aufwächst, alles als viel erscheint. Ich nehme an, das ist der Lauf der Dinge. Man könnte sagen, dass wir eine moderne Variante von Sebradi-Bunsch waren, aber eigentlich sahen wir eher aus wie Seot Kukle, oder besser gesagt, Seot Trio. Jeder hatte einen eigenen Nachnamen, und unsere ethnische Herkunft reichte von Schwarz über Weiß bis hin zu Hispanisch. Als ich Maddie im Herbst in die vierte Klasse eintrug, konnte ich einiges davon ausgleichen. Maddie Ruiz Rogers ist der Name, den ich ihr gegeben habe. Als ich sie anmeldete, war sie bei mir, und ihr Gesichtsausdruck veränderte sich in dem Moment, als sie meine Schrift sah. Sie schwieg, bis wir die Schule verließen, und dann verlor sie fast die Fassung. Ich kann ein Rogers wie du sein? Ist das so, rief sie aufgeregt aus. Rechtlich gesehen nicht, zumindest nicht in den nächsten Jahren, antwortete ich, aber nach den Rogers-Regeln kannst du dem Club beitreten. Ich hatte Rogers-Regeln in Anführungszeichen gesetzt, aber das hielt Maddie nicht im Geringsten auf. Ihr plötzlicher Eintritt in meine Umarmung bescherte mir einen Regen von Küssen ins Gesicht. Nach 30 Sekunden des Jubels wich Maddie zurück und warf mir einen kühlen Blick zu. Bis sie das Wort ergriff, was mich ein wenig überraschte. Wann wird Cherry ein Rogers? fragte sie vergnügt. Weißt du, das ist eine wirklich gute Frage. Darüber werde ich ernsthaft nachdenken müssen. Ich habe es getan, kein Scherz. Eigentlich hatte ich Maddie an unserem ersten Jahrestag zu Mrs. Olivares gebracht, damit ich den Juwelier besuchen konnte, bei dem ich Tracy nach der Arbeit Geschenke kaufte. Ich glaubte, ein paar Stunden Zeit zu haben, den richtigen Ring zu finden, denn Cherry sagte, sie käme erst spät nach Hause und würde sich ihr Abendessen selbst holen. Ich war gerade mit dem Entwurf eines einzigartigen Verlobungsrings für Gene Horowitz und Jolene, seine Töchter, fertig geworden, als ich um kurz nach 18 Uhr das Jubiliergeschäft Gene Horowitz verließ. Meine Lieblingsbizzeria liegt in einem kleinen Einkaufsviertel und ich fuhr dorthin, nachdem ich eine Bestellung für Maddie, Mrs. Olivares und mich aufgegeben hatte. Als ich aus dem Auto ausstieg, erhaschte ich einen Blick auf ein trendiges kleines Restaurant ein paar Türen weiter und das war das zweite Mal, dass meine Welt zusammenbrach. Cherry führte einen schneidigen schwarzen Mann, der in den 40ern zu sein schien, in das Restaurant. Ihr Auftreten war voller Leben und Freude. Wie gelähmt starte ich ihnen hinterher, tanken, Luft schnappen, etc. oder nachdenken. Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit in meinem Auto gesessen hatte, hatte ich schließlich das Gefühl, dass ich wegen Sauerstoffmanges ohnmächtig werden würde. Es folgte ein langes Einatmen und Ausatmen. Dann ging ich zu der Pizzeria und gab meine Bestellung auf, denn ich wusste, dass ich Maddie füttern musste. Betrunken von Adrenalin fuhr ich nach Hause. Bis Cherry an diesem Abend gegen 8 Uhr nach Hause kam, erinnere ich mich nicht mehr an viel. Sie öffnete die Tür mit lebhaftem Auftreten und war sichtlich gut gelaunt. Hey! Du wirst nie erraten, wen ich heute Abend getroffen habe. Mein Bruder John hat sich in die Stadt geschlichen, ohne mir etwas zu sagen, und nachdem ich mit der Arbeit fertig war, hat er mich zum Essen eingeladen. Ich dachte mir, wenn ihr schon Pizza holt, dann kann ich auch mit ihm essen gehen. Als sie meinen Gesichtsausdruck bemerkte, hörte sie auf zu sprechen. Das ist also der Plan, den du verfolgst, flüsterte ich vor mich hin. Als sich die Wahrheit meiner Worte in ihrem Kopf wiederholte, wirkte Cherry am Boden zerstört. Du bist heute Abend zu Salvatore zum Pissessen gegangen und hast mich mit ihm gesehen, nicht wahr? Und du dachtest? Sie schrie mich an und sagte, du Mistkerl! Ich muss ihnen sagen, dass ich sehr erstaunt war. Siehe da, die Schuld, die ich erwartet hatte, und Reue, keine Drohung. Meine erste Reaktion war, dass es eine modernere Methode geben musste, um Reue auszudrücken. Obwohl Cherry mich noch nie zuvor beschimpft hatte, konnte ich sehen, dass sie einen guten Grund haben könnte. Du bist so unzuverlässig, dass du mir nicht einmal eine Chance gibst. Meine Untreue ist die direkte Ursache für die Abreise meines Mannes. Ich habe sie in der Tat darüber informiert. Ich war ganz offen. Ich habe ihnen versichert, dass ich diesen Fehler nicht wiederholen werde. Ich verstehe, dass ihre Ex-Frau sie mit Vertrauensproblemen zurückgelassen hat, aber das ist ihr Problem mit ihr. Wage es nicht, mich jemals wieder so respektlos zu behandeln, sonst bin ich so schnell wieder weg, dass dir schwindlig wird. Als Cherry ausrastete, sah ich, wie Maddie sich in ihr Zimmer stahl, und es schien, als sei Mrs. Olivares leise gegangen. Ich hoffte, dass die Couch mich ganz zerquetschen würde, aber das tat sie leider nicht. Du hast recht, flüsterte ich. Ich habe das Misstrauen, das Tracy in meinen Kopf gepflanzt hat, auf dich übertragen. Du bist ein eigenständiges Wesen, und wenn ich das nicht sehen kann, dann liegt das an mir und ich verdiene dich nicht. Ich wollte ihr noch nicht von dem Ring erzählen, aber ich musste meine beste Karte ausspielen, nachdem ich einen so großen Fehler gemacht hatte. Ihr Gesichtsausdruck war eiskalt. Ich glaube nicht, dass ich weiter auf dieser Erde wandeln könnte, wenn der Schein töten könnte. Also, ich weiß, dass dies wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt dafür ist, aber ich muss dir zeigen, wie sehr ich dich wirklich schätze. Gib mir deine linke Hand. Mit bedächtigem Schritt kam sie auf mich zu und streckte mir ihre Hand mit der Handfläche nach oben entgegen. Nachdem ich sie umgedreht hatte, wickelte ich etwas Papier um ihren Rindfinger und befestigte es mit einem Gummiband, das ich in meiner Hemdtasche verstaut hatte. Um es gelinde auszudrücken, sie war perplex. Sie nahm das Papier von ihrem Finger, entfaltete es, begann zu lesen und rief, was zum. Ein Schrei des Ekels kam über ihre Lippen, als sie ausrief, du mieser Idiot. Ernsthaft? Als nächstes gab Jerry mir den intensivsten Kuss auf die Lippen, leidenschaftlicher als alles, was Tracy je getan hatte. Nachdem wir fertig waren, rief sie Maddie aus ihrem Zimmer. Sie hielt die Quittung für den Ring hoch und rief Maddie zu, schau, Baby, schau. Ich werde auch eine Rojas. Das schrille Lachen zweier glücklicher Mädchen ist in einer Lautstärke zu hören, die Männer nur schwer ertragen können, doch ich hielt mein Gehör aufrecht, während sie durch den Raum sprangen. Jerry forderte ihren baldigen Schwager auf, sich mit ihr zu treffen, indem sie einen Knopf auf ihrem Handy drückte, nachdem sie sich getrennt hatten. Während Jerry ihren Ring vorführte, brachte Maddie Mrs. Olivares zurück und die Wohnung befand sich noch mitten im Weihnachtsmorgenwahnsinn, als Jerrys Bruder auftauchte. Er war ein Mann, der es mit Jerrys umwerfend gutem Aussehen aufnehmen konnte. Als ich ihn wieder einmal erblickte, war die Dankbarkeit, ihr Bruder zu sein und nicht ein Freier, wie ich angenommen hatte, überwältigend. Wir tauschten einen Händedruck aus, als Jerry uns vorstellte, dann beugte er sich plötzlich vor und umarmte mich ganz fest. Hände schütteln ist etwas für Freunde und ich möchte zwar, dass wir Freunde sind, aber Umarmungen sind etwas für die Familie, Mann, erklärte er. Und sie sollen dir auch zeigen, dass ich dir das Leben aus dem Leib prügeln werde, wenn du sie verletzt. Hast du das verstanden? Als er diesen letzten Teil sagte, drückte er etwas fester zu. Ich verstand die Botschaft, auch wenn meine Atmung nicht besonders gut war. Ja, antwortete ich ihm in einem theatralischen Flüsterton. Jerry informierte ihn über die Ereignisse, die der Übergabe des Rings vorausgegangen waren. Er gab mir einen Ausdruck gespielter Überraschung, glaube ich, bevor er seine Erleichterung darüber ausdrückte, dass ich noch lebte. Sie hat dich mit diesem Lesertodesblick angestarrt, nicht wahr? fragte John. Ja, sie hat schon Leute mit diesem Blick umgebracht. Als er diesen Ausdruck sah, erkannten Maddy und Mrs. Olivares, dass sie intelligent genug waren, um den Raum zu verlassen. Dann ging er zu Maddy, musterte sie eingehend und sagte, das ist also die berühmte Maddy Rogers. Ich wollte schon immer ein paar Nichten und Neffen haben. Ich denke, du wirst sie gut gebrauchen können. Nach einem zaghaften Lächeln hältte sich Maddys Gesicht auf wie ein Sommertag. Darf ich dich also endlich Mama nennen, erkundigte sich Cherry bei ihr. Mitten in ihrem Zusammenbruch beschloss Cherry, nicht zu antworten. Sie standen in einer langen Umarmung da, jede schluchzte aus ihren eigenen Gründen, während sie nach Maddy griff. Der Staat verlangte von uns, dass wir warten mussten, bis Maddy 16 Jahre alt war, bevor wir sie rechtmäßig adoptieren konnten, trotz Darlenes Hilfe. Sie hätte die Emanzipation beantragen können und wäre zu diesem Zeitpunkt frei gewesen, aber weder Cherry noch ich hatten Bedenken, dass sie uns verlassen könnte. Maddy, Cherry und ich haben diese Gruppe vor Jahren gegründet und der Staat hat sie lediglich genehmigt. Blutsbande sind nicht immer biologisch. Das ist eine Frage des Gesetzes. Dann scheinbar aus dem Nichts. Ich war hoch erfreut, Harleys Stimme am anderen Ende des Telefons zu hören, denn ich hatte seit über sechs Jahren, seit unserer letzten Begegnung, von keinem meiner Kinder mehr etwas gehört. Anstatt die Anruferkennung zu überprüfen, nahm ich einfach den Hörer ab und sagte, Alex Rogers. Sie rief, Dad, ich bin's, Hele, und machte sich eilig aus dem Staub. Bitte legen Sie nicht auf. Entspann dich, Kido. Ich würde nie bei dir oder deinem Bruder aufliegen. Stimmt etwas nicht? Nein, Dad. Alles ist gut, wirklich großartig. Ich werde nächsten Monat heiraten, und ich würde dich gerne zur Hochzeit einladen. Um ehrlich zu sein, war ich mehr überrascht als alles andere. Obwohl sie diesen Mann in nur einem Monat heiraten sollte, war ich emotional so weit von Lieben meines kleinen Mädchens entfernt, dass ich ihn noch nicht kennengelernt hatte. Mein letztes Gespräch mit meinen Kindern hatte ich, kurz nachdem Eason 16 geworden war. Itans Geburtstag feierten wir mit einem Abendessen in seinem Lieblingsrestaurant. Obwohl ich mich bemühte, war keines der Kinder besonders gesprächig. Eason brachte schließlich das Dessert, das wir bestellt hatten, gleich nachdem wir unsere Bestellung aufgegeben hatten. Dad, ich bin jetzt 16, und die gerichtlich angeordneten Besuche sind vorbei. Healy und ich müssen dich nicht mehr sehen, wenn wir nicht wollen, und wir haben darüber gesprochen, und wir wollen dich nicht sehen. Du hast uns im Stich gelassen, um deinen dummen Stolz zu bewahren. Nun, du kannst dir deinen Stolz in den Arsch schieben. Ich muss zugeben, dass mein Sohn ein guter Kunde war. Er erhob nie seine Stimme, auch wenn er es vermied, mir in die Augen zu sehen, während wir sprachen. In der Zwischenzeit wechselte Healy immer wieder ihren Blick zwischen Eason und mir hin und her. Endlich, nachdem ich auf diesen Tag gewartet hatte, ließ ich einen Seufzer los. Man konnte sehen, dass es Traces Kreation war, denn ihre Fingerabdrücke waren überall zu sehen. Ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was ein Ehegelübde ist und dass eure Mutter unseres nicht nur gebrochen, sondern mir auch noch ins Gesicht geworfen hat. Aber sie hat euch offenbar davon überzeugt, dass ich hier der Böse bin und nichts, was ich sage, wird euch jemals umstimmen können. Aber für mich ist der Bruch unseres Ehegelübdes nichts, worüber ich einfach hinwegsehen kann, wie zum Beispiel, das Familienauto zu demolieren. Das geht direkt in meine Seele und obwohl ich wusste, dass mein Weggehen euch beiden wehtun würde, wäre mein Bleiben schlimmer gewesen, denn es hätte meine Seele zermalmt und mich weniger zu dem Mann gemacht, der ich bin. Dann wären wir nicht mehr dieselben und ihr hättet das erkannt, wenn ihr reifer geworden wärt und genug gelebt hättet, um die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Das war der Fehler deiner Mutter und sie hat gute Arbeit geleistet, die Schuld auf mich zu übertragen. Nun, ich werde die Schuld nicht auf mich nehmen. Wenn es das ist, was ihr beide wollt. Als Hili rief, Dät, Dät, biss mich das zurück ins Hier und Jetzt? Willst du nicht mitkommen? Doch, sehr sogar, Hili Kind. Weißt du, ich habe sogar Geld für den Tag zurückgelegt, an dem das passieren würde, sagte ich. Um das Geld brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Dät. Bob hat sich darum gekümmert. Bob, fragte ich sanft. Das ist reine Spekulation, aber wir reden hier von Robert Goldstine 3, nicht wahr? Ihre Stimme wechselte von wütend zu mitleidig, als sie zu stottern begann. Da wusstest du es anscheinend noch nicht. Mom hat Bob vor etwa sechs Jahren geheiratet, nachdem wir aufgehört hatten, dich zu sehen, antwortete die Frau. Dieser Idiot hat meine Ehe ruiniert, meine Beziehung zu meinen Kindern zerstört, mich finanziell halb ruiniert und dann meine Ex-Frau geheiratet. Und das alles nur wegen meines Stolzes, Hiele? Jedes Mal, wenn mein Sohn sich bei mir entschuldigen will. Sei nicht so, Dät. Ich lade dich nicht ein, damit du Ärger machen kannst. Du wirst mich nicht verraten, du wirst nicht in der ersten Reihe mit der Familie sitzen. Ich möchte nur, dass du dabei bist, okay? In Ordnung, Hiele, unter einer kleinen Bedingung, dass ich meine Familie mitbringen darf. Deine Familie? Ja, sogar ein Verlierer wie ich darf eine Familie haben, Hiele. Ich habe eine wunderbare Frau und wir haben eine tolle Tochter. Du würdest sie beide mögen, wenn du jemals Zeit mit ihnen verbringen könntest. Hiele war als nächstes in ihre eigenen Gedanken vertieft. Weder sie noch Eason waren von mir jemals über Jerry und Maddie informiert worden. Um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass ihre Mutter es nicht herausfinden würde. Habt ihr noch ein Kind? Weiß sie von unserer Beziehung, erkundigte sie sich, wobei ihr Tonfall ihren fast hypnotischen Zustand verriet. Ich habe praktisch auf der Straße um Maddie gebettelt und jetzt ist sie 16 Jahre alt und adoptiert. Sie weiß alles, was es über euch beide, unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart zu wissen gibt. Wir sind schon seit neun Jahren zusammen. Sie ist lustig und strotzt nur so vor Energie. Wie ein Uhrwerk hat auch sie einen Rückschlag erlitten und wir haben uns in einer dunklen Phase gegenseitig Halt gegeben. Als ob sie sich mit der Situation abzufinden begann, sagte Healy, nun, dann freue ich mich darauf, den Rest der Familie kennenzulernen. Wie man es von der Tochter eines einigermaßen wohlhabenden Anwalts erwarten würde, fand die Hochzeit an einem Samstagabend in einer ziemlich schönen lukischen Stadt. Der alte Bob hat allerdings nicht mit seiner Stieftochter geknausert. Ich bekam einen Kuss zugeworfen, als Healy und Mark die Prozession aus der Kirche anführten, und die Mädchen und ich hatten unsere Ankunft so geplant, dass wir während des eigentlichen Gottesdienstes, der in einer schönen alten Kirche in der Stadt stattfand, in der letzten Reihe sitzen würden. Ich habe zwar einige alte Freunde und Verwandte gesehen, aber das war in Ordnung, weil wir uns vorher nicht treffen mussten. Wir kamen rechtzeitig zum Empfang, um uns einen Tisch im hinteren Teil des Saals zu sichern, was, um ehrlich zu sein, Ceri und Maddy gegenüber wahrscheinlich unfair war. Ceres Kleid war verführerisch und raffiniert, während Maddy mit 21 Jahren aussah, als sie zum ersten Mal ein komplettes Make-up aufdruck, der schlimmste Albtraum eines jeden Vaters. Dennoch hatten sie Verständnis für meine Wünsche und Murten nicht, als wir unsere Plätze einnahmen, nachdem ich Ceri und mir ein Glas Wein und Maddy eine Cola geholt hatte. Es war unvermeidlich, dass alte Bekannte am Tisch vorbeikamen, um Hallo zu sagen und sich auszutauschen, sobald sie mich sahen. Dann kamen Traces Eltern, Ronda und William, vorbei. Ronda schluchzte, als sie sich für einen Kuss vorbeugte. William umarmte mich leidenschaftlicher als während unserer Ehe. Ich stellte Ceri und Maddy vor. Ronda und Bill wirkten ein wenig verliegen, aber das war wohl verständlich, wenn man bedenkt, dass ich seit 18 Jahren mit ihrer Tochter verheiratet war. Man könnte meinen, ich hätte eine Trophäenfrau zur Party mitgebracht, wenn man die Reaktionen vieler meiner Bekannten auf die Nachricht bedenkt, dass ich mich mit einer schönen schwarzen und einer hispanischen Prinzessin treffe, insbesondere die der Ehefrauen meiner früheren Freunde. Da ich kein Mitspracherecht und kein finanzielles Interesse an der Affäre hatte, hielt ich es nicht für angemessen, mich unter die Leute zu mischen und sozusagen, die Leute zu bearbeiten. Die Mädchen und ich blieben meist am Tisch, während die Gäste zu uns kamen. Unsere freundlichen Gastgeber, Tracy und Bob, waren immer da, wenn wir sie brauchten. Im Eheleben lernt man alle Facetten des Charakters eines Menschen kennen und ich konnte Anthrazes Reaktion bei unserem ersten Treffen erkennen, dass sie Cherry nicht mochte. Könnte Cherry zu düster gewesen sein? Möglicherweise. Könnte Cherry zu schön gewesen sein? Wahrscheinlich. Hätte Cherry einen flachen Bauch haben können, wunderbare Beine und zehn Jahre jünger aussehen können, als sie tatsächlich war? Auf jeden Fall. Könnte Cherry, trotz all ihrer guten Eigenschaften, mit dem falschen Mann zusammen gewesen sein? Auf jeden Fall. Tracy schien aus ihrer Benommenheit zu erwachen, als ich mich zu ihr beugte, um sie mit einem Kuss auf die Wange zu begrüßen, ohne zu bemerken, dass dies unsere erste Begegnung von Angesicht zu Angesicht seit fast einem Jahrzehnt war, während all ihre Gedanken von Cherry verzehrt wurden. Ich bitte um Entschuldigung, Alex. Ich habe mich entschuldigt, weil ich auf diesen neuen Absätzen ein bisschen wackelig war. Entschuldige mich, Liebling. Komm, lern die neue Familie kennen. Du siehst fabelhaft aus, log ich. Ich stellte Cherry, Maddie, Tracy und Bob vor und schückelte Bobs Hand so herzlich wie möglich, während ich ihn als das Werkzeug meines Erfolges am Ende vorstellte. Mit Ausnahme von Maddie zuckten die meisten Leute bei meiner Beschreibung zusammen, kommen, aber meine Tochter warf mir einen hinterhältigen Blick zu und drückte meinen linken Ellbogen, habe ich schon erwähnt, dass sie sehr scharfsinnig ist. Ich stellte sie der Braut und ihrem neuen Ehemann vor, und wir unterhielten uns etwa fünf Minuten lang, bevor Tracy und Bob gingen und die frisch vermelden zu uns kamen. Als Tracy und Bob gingen, gab mir Maddie ein kurzes Kopfschütteln, das mir zeigte, dass sie sich genauso freute, die beiden kennen zu lernen, wie ich sie vorstellte. Ich war überrascht und ratlos, als meine andere Tochter, die Braut, mich mit einer unerwartet liebevollen Umarmung begrüßte, mich in eine lange Umarmung einhüllte und zu weinen begann, während mein neuer Schwiegersohn, Jerry, und Maddie schweigend daneben standen. Es tut mir leid, Daddy, für alles, sagte sie mit einem Schniefeln, ich habe deine Sichtweise nicht wirklich verstanden, bis ich vor etwa zwei Stunden meine eigenen Versprechen bekräftigt habe. Als ich mein Gelübde ablegen wollte, traf mich die Realität deines Leidensweges, als deine Mutter dich betrug und ihre Versprechen brach, wie eine Tonne Ziegelsteine. Das hat mich immer verblüfft. Ich teilte Ethans Vorwurf, dass du zu stolz warst, deine Schuld einzugestehen. Jetzt hat es endlich Klick gemacht, in vollem Umfang. Du hattest völlig recht mit dem, was du getan hast, und sie hatte nicht nur völlig Unrecht mit dem, was sie getan hat, sondern auch damit, dir die Schuld zu geben. Wie kann ich jemals den Schmerz wieder gut machen, den Eason und ich dir zugefügt haben? Ein fußballgroßer Klumpen hatte sich in meinem Hals gebildet. Obwohl ich keine Träne mehr vergossen hatte, seit ich mir bei einem Footballspiel in der 10. Klasse einen Knorpelriss im Knie zugezogen hatte, war ich kurz davor, dies vor den Augen meiner Familie zu tun. Wie wäre es, wenn du mir zuerst diesen hübschen Hengst vorstellst, mit dem du dein Gelübde abgelegt hast, und mir dann die Ehre eines Tanzes gibst, sagte ich. Ach ja, richtig, stichelte sie, wobei ihre Stimme einen Hauch von Verlegenheit verriet. Du hast den Mann meiner Träume noch nicht kennengelernt. Mark Westinghouse, das ist ein anderer Schwiegervater, Alex Rogers, mein richtiger Vater. Nach einem aufrichtigen Händedruck erfüllte ich meine väterliche Pflicht und drohte ihm mit dem Tod, sollte er meiner Tochter jemals etwas antun. Während wir uns alle kennenlernten, begann die Band zu spielen, und ich stellte ihn und Healy, Cherry und Maddy vor. Daddy, fragte Healy, den Kopf in Richtung Tanzfläche geneigt. Unterdrückt murmelte ich, enchanted, während ich ihren Arm nahm. Sobald Healy und ich auf die Tanzfläche geführt wurden, dröhnte die ohnehin schon laute Menge noch lauter und verstärkte das Summen, das mit ihrer begeisterten Begrüßung begonnen hatte. Ich hatte noch einen weiten Weg vor mir, bevor ich Tracy und Bob einholte, aber ich konnte es in diesem Moment spüren. Ich verachtete die Musikauswahl der Band, ich nenne sie, Kindermusik, aber ich konnte dazu tanzen, weil meine Göttergattin eine Tänzerin ist. Wir blieben zwei Lieder lang draußen, weil Healy nicht glauben konnte, dass ihr lange verschollener Vater ein Mann der Renaissance war. Ein großer Teil des Publikums hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits um uns versammelt. Als das zweite Lied zu Ende war, umarmte Michele noch einmal, das Publikum brach in Applaus aus, und Cherry und Maddy standen freudestrahlend an meiner Seite, um mich zu begrüßen. Wir setzten uns auf den Boden und machten unser Ding, während der Rest der Gruppe mitmachte, ich nahm ihre Hände und zog sie an mich. Sieh mal einer an, Mr. RHYTHM, flüsterte Cherry mir ins Ohr, als sie sich mir näherte. Als ich mich schnell zu Maddy umdrehte, sagte ich zu ihr, das heißt, wir sollten noch ein paar Jahre mit dem Nächsten warten. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Herz diesen ganzen Spaß aushält. Dann fügte ich hinzu, wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß machen kann, eine Tochter zu verheiraten. Dreh mich, alter Mann, spottete Maddy in meine Richtung. Nach weiteren sechs Liedern auf dem Parkett trennten sich die Wege meiner Mädchen und mir. Ich holte mir an der Bar einen eiskalten Jack und setzte mich dann an meinen Tisch, um mich zu entspannen. Ich bemerkte nicht, wie Tracy an den Tisch kam und sich neben mich setzte, während ich Cherry und Maddy dabei zusah, wie sie sich auf der Tanzfläche ausdruckten. Als sie ihre Hand auf meine Schulter legte, erkannte ich, dass sie zu jemand Besonderem gehörte. Das hätte unser Tag sein sollen und nicht meiner und Bobs, klüsterte Tracy mir ins Ohr. Du hast 18 gute Jahre weggeworfen, für was? Du hast mich offensichtlich nicht genug geliebt. Ich habe mich immer von ihr ferngehalten. Nein, weil ich dich gewarnt habe, was passieren würde, wenn du es tust, ist es klar, dass du mich nicht genug geliebt oder respektiert hast, um es zu unterlassen. Andererseits hast du durch diese Abmachung Bock bekommen, und ich muss sagen, er ist ein guter Fang. Und Maddy und Cherry sind schließlich meine Begleiterinnen geworden. Du kannst nicht immer bekommen, was du willst, aber wenn du es versuchst, bekommst du irgendwann, was du brauchst, sagten die Rolling Stones. Du warst damals ein Idiot, du bist jetzt ein Idiot. Mag sein, aber ich bin ein fröhlicher Spinner, der sich von deiner schlechten Wahl nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen lässt. Ich habe auch nicht mit einer Entschuldigung gerechnet. Da bin ich nun. Ich habe Eason in meine Wohnung eingeladen, nachdem er mich aus heiterem Himmel kontaktiert und gesagt hatte, wir müssten uns unterhalten, weil er wieder in mein Leben getreten ist, nachdem er vor ein paar Jahren eine ernsthafte Beziehung mit einer Frau hatte. Es scheint, dass Treue viel einfacher zu verstehen ist, wenn man sozusagen selbst mit im Spiel ist. Ich öffnete die Tür und fand ihn mit einer Flasche Jack Daniels Tennessee Honey in der Hand vor. Er betrat die Wohnung und ich begleitete ihn hinein. Healy sagte, du magst das Zeug wirklich, und sie dachte, ich sollte dir ein Friedensangebot machen, erklärte er. Obwohl Healy und ich geheilt waren, hatten Eason und ich bei ihrer Hochzeit immer noch nicht viel miteinander gesprochen, und unsere Beziehung war bestenfalls in einem prekären Gleichgewicht. Zwei Jahre später haben wir uns immer noch nicht ganz davon erholt. Meine Verlobung mit Sascha hat mich dazu gebracht, die Möglichkeit einer Ehe mit dir und Mum in Betracht zu ziehen. Eine Zeit lang hat Healy versucht, mich davon zu überzeugen, dass du und nicht Mum diejenige warst, die verletzt wurde, aber erst als Sascha und ich das große Gespräch hatten, in dem wir unsere Gefühle in Bezug auf Untreue diskutiert haben, habe ich es endlich verstanden. Verzeih mir, Ed. Ich habe mich wie ein totaler Idiot verhalten. Jetzt verstehe ich es. Ich wünschte nur, ich könnte vermeiden, Mum zu verachten. Ich habe dich und Healy nie gebeten, euch für eine Seite zu entscheiden. Ich wollte nur, dass ihr versteht, warum ich gehen musste. Ich antwortete. Ich musste verschwinden. In den nächsten Stunden führten wir viele Gespräche, unterbrochen von dem unvermeidlichen Leeren der Whiskyflasche. Cherry bereitete ein köstliches Abendessen für uns zu, während wir uns unterhielten, und Eason schlief schließlich auf dem Wohnzimmersofa ein, weil Cherry ihn nicht fahren lassen wollte, nachdem wir die Flasche Schnaps geteilt hatten. Bei der Hochzeit saßen Cherry, Maddy und ich am Familientisch des Bräutigams, neben uns saßen Mark und Healy, die schwanger waren, und unser erstes Enkelkind, Brent, der zwei Jahre alt war und neben Tracy saß. Das sollte zumindest verhindern, dass Tracy sich ausgeschlossen fühlte, denn sie war jetzt allein, nachdem Bob sie vor etwa einem Jahr wegen einer Vorzeigefrau verlassen hatte. Ich hatte die Kinder gewarnt, dass es nicht klug wäre, wenn sie als Vermittler zwischen Tracy und mir fungierten. Schließlich waren wir erwachsen, wenn wir etwas wissen wollten, konnten wir uns gegenseitig anrufen. Die Kinder hielten mich durch gelegentliche Nachrichten über Tracy auf dem Laufenden. Ich habe Maddy, eine Studienanfängerin an der Michigan State University, zu uns geholt, damit sie die Hochzeit ihres älteren Bruders nicht verpasst. Sie, Eason und Healy sind sich so nahe gekommen, dass sie ihr vorgaukeln können, sie sei mein Lieblingskind. Ich finde es faszinierend, die Interaktion der drei zu beobachten. Die Behauptung, dass Elternschaft mehr mit Erziehung als mit Natur zu tun hat, scheint für uns zu stimmen, denn Maddy und ich haben ein unzertrennliches Band, das sogar Cherry anerkannt hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand möchte, dass das, was wir als Familie durchgemacht haben, jemand anderem passiert, aber das Leiden hat uns näher gebracht, als wir es sonst getan hätten. Cherry und ich haben viel aus den Widrigkeiten gelernt. Wir wissen beide, dass man nichts als selbstverständlich ansehen sollte, und wir schätzen unsere gemeinsame Zeit, während wir unser neues Leben als leere Familienväter meistern. Cherry hat nicht lange gebraucht, um herauszufinden, dass ein leeres Nest bedeutet, dass sie im Schlafzimmer von niemandem belauscht wird, also hat sie einen Gang hörgeschaltet. Ihre Lustscheue zu hören, macht mich fast wahnsinnig, und ich will sie noch mehr befriedigen. Manchmal sind wir morgens nach einer durchgespielten Nacht ein bisschen steif und wund, wenn wir zur Arbeit gehen. Nachdem sich alle auf dem Empfang um ihre Aufgaben am Hochzeitstag gekümmert hatten, begaben Cherry und ich uns auf die Tanzfläche. Maddie gesellte sich zu uns, zusammen mit einem von Ethan's Trauzeugen, aber erst, nachdem Ethan ihn gewarnt hatte, sich nicht mit dem Lieblingskind meines Vaters anzulegen, sonst würde er den Preis dafür zahlen. Ich lächelte, als er das sagte. Als ich mich nach einem halben Dutzend Tänzen auf den Weg zurück an den Tisch machte, wurde ich durch Maddies Wunsch, mit mir zu tanzen, veranlasst, noch für einen weiteren Tanz zu bleiben. In diesem Moment bemerkte ich, dass Cherry und Tracy, die nur eine Armlänge voneinander entfernt saßen, sich gegenseitig schweigend ignorierten. Spürst du die eisige Luft, die von dort drüben hereinweht? Erkundigte sich Maddie, sobald sie in Hörworte war. Guter Sinn. Nachdem ich mich wieder an meinen Platz am Tisch gesetzt hatte, stand Cherry auf und ging zu Maddie auf die Tanzfläche. Ich spürte ein Klopfen auf meiner Schulter und nahm an, dass wir weitergehen würden. Wenn Bob mich abserviert, wirst du dann nicht diejenige sein, die sich damit brüstet? Beugst du dich vor, erkundigte sich Tracy. Kein Zirkus für mich. Nicht meine Affen, sagte ich. Ich weiß, das mag dich schockieren, aber ich denke sehr selten an dich. Auch wenn ich dir nichts Böses will, ist es mir wirklich egal, was in deinem Leben passiert. Unsere 18 wunderbaren gemeinsamen Jahre sind schon lange her. Heutzutage denke ich lieber nicht mehr an die Vergangenheit, denn mein neues Leben läuft wie geschmert. Und was stattdessen hätte sein können. Während wir uns unterhielten, drehte ich mich zu Tracy um und sei ihre Angst. Sie hatte Angst, ihren Lebensabend allein zu verbringen, worüber sie offenbar noch nie nachgedacht hatte, dass ich nicht in der Lage sein würde, ihren Drohungen zu widerstehen, mein Leben während der Scheidung zu ruinieren. Einen Moment lang tat sie mir leid, doch dann erinnerte ich mich daran, dass sie es gewesen wäre, die versucht hätte, meinen Geist zu brechen, wenn wir auf der anderen Seite des Tisches gesessen hätten. Ich erhob mich vom Tisch und gesellte mich zu meinen Mädchen auf die Tanzfläche und fügte hinzu, du weißt, dass ich damals ein Idiot war und es immer noch bin.